Es ist nichts drin. Die haben es aber auch mit der Lava hier. Aua. Wir müssen es ein bisschen ausleuchten. Na komm, Junge. Gute Nacht. Hier ist nichts. Perfekt. Und es wird wieder dunkel. Ach Jungs. Du musst mal kurz. Ruhel. Tschüss. Der Zombie wird erstmal ehlendig verbrennen. Ist hier keine einzige Hütte, wo du denkst, ja cool. Da ist irgendwas drin, was man braucht. Das sind alles normale Häuser. Das ist ja richtig praktisch. Ja. Ohrenregenbogen. Cool. Siehst du auch nicht alle Tage. Sehr hügelig, aber nicht wirklich ein krasser Höheneingang. Der hat ein Eisenschwert. Verpiss dich. Mach'n Abgang. Der macht richtig Eroh an. Ich hab'n Slime. Okay, hier geht's wieder raus. Interessant. Was immer denn jetzt? Ach, hier unten meine Lava. Ja, und Tag. Na, woher denn alle? Geh' mal von da oben wieder in die Höhle rein. Das ist auch noch. Das ist alles jetzt nicht so auf Anhieb ne große Höhle. Wenn sie verstehen, was ich meine. So, war das der hier? Ja. Oh. Jawoll, beschießt euch. Ja. Ich war nicht hier, Jungs. Ach, Baby-Zombie. Nicht dein Ernst. Die Fiege sind nervig. Die triffst du nie. Ach, Tag. Tag. Das ist irgendwo so'n... Das ist irgendwo so'n... Da haben wir auf jeden Fall Eisen. Das nehmen wir gerne mit. Mein Gott, hier ist was los. Leider keine geile Höhle. Okay. Okay. Ach, Mann. Alles ganz doof. Jetzt halt auch nicht wirklich... Also, das ist eigentlich voll das Beschissen da drauf. Um ehrlich zu sein, da hier echt nichts ist, was du gebrauchen kannst. Alter, Aua. Das ging tief, als ich gedacht hab. Ja, springt halt nochmal runter. Hier ist... Nix. Alles klar. Kollege Schnürschu. Weiß ich bescheid. Okay. Na, Kollege. Erstmal hinten lassen. Richtig schlau. Mach mal einen Abgang. So, hier kommst du dann nochmal von der Richtung. So, ein bisschen Kohle. Ach, das ist, weil das Ding da drauf... Ja, okay. Ich dachte schon. Das ist ja sonst immer so Spawner-Zeug gewesen, wenn das vom Most war. Das wär's. So wieder in der Oberfläche so ein Ding. Genau. Gut, hier ist... bloß Koffer. Wir wissen doch einfach viel zu hoch. Oh Gott. Nee, nee. Mach dich mal vom Acker. Komm mal her. Komm. Komm doch. Ich trau sie dir näher. Oh, das ist Kacka. Ach, guck mal. Mach's denn du hier, Junge. Ich backstabbel dich jetzt. Fällt nicht aus, Alter. Mein Gott. Achso, weil ich so schnell schlage. Ah. Das macht einen unversieht. Oh. Das ist... Da muss ich kurz das Ding platzieren. Das. 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 Cool. Nee, ich bin einfach dumm, okay. Vergiss, was ich gesagt hab. Ich hab nicht... Nicht irgendwas in Erwähnung ziehen wollen. Oh, hier geht's hier weiter. Das sieht eher so aus, als ob das gleich wieder aufhört. Und dann häng ich unten und weiß nicht, wie ich wieder rauskomme. Das ist ein Korridor hier, Alter. Mein Gott. Hier ist nix. Ist klar. Das ist ein Scheiß. Aber... Die Höhle wird größer. Das gefällt mir schon mal. Tag, Fleer Maus. Ich bin wahrscheinlich nicht der schnellste beim Farm und sowas und von mir aus, ja, guck mal, der hat schon längst die und die Rüstung haben können. Ach, mein Gott. Dann ist das so. Ich hab hier noch ein Skeletor gehört. Du, Arschgeige. Ja, komm. Kannst du vergessen. Oh, das brauche ich denn erstmal nicht. Dann mache ich doch einfach gleich diesen hier. Zwar jetzt hier nicht der beste Spot dafür, aber ist mir egal. Nein. Das nehme ich auch noch aus. Ich glaube, das wird eine bessere Höhle hier. Die ist etwas größer als sonst. Ach, guck mal, Creeper. Deswegen machen. Wo ist ein Bug da oben? Ein Item. Okay. Ich gönne mir erstmal ein besseres Schwert. Das wollte ich nicht. Das ist erstmal da hoch. Mein Gott, das ist hier eine Qual. Und ein wunderschönes Eisen. Eine Eisenspitze. Kann man auch jetzt offiziell Diamanten farmen. Na, aber es geht. Was haben wir hier hinten? Hier geht's auch auf jeden Fall nach unten. Oh, da geht's weit nach unten. Lass uns mal gucken, wo wir als erstes hingehen. Ich möchte hier nichts überstürzen. Okay. Das ist doch mal Eisenerz hier. Das ist mal ein Vorkommen. Lecker. Geht's aber auch nach unten. Hm. Lass uns mal gucken, was wir da machen. So. Das noch mit rein. Das ist auch nichts wirklich besonderes. So, ich glaube, dann fange ich schon mal an, meine Rüstung zu machen. Dann kann ich einen Helm auch machen. das nehme ich schon mal. Ich halte ich für eine volle Dia. Äh, eine volle Dia, genau. Äh, volle Iron Rüstung. Weizen haben wir noch übrig. Jetzt können wir da erstmal mit hin. Saucen hinklatschen. So, wie viel brauchen wir? Sieben. Okay. Jetzt brauchen wir noch vier. Vielleicht auf jeden Fall, dann kann ich mir noch eine zweite Eisenspitzecke machen. Ich glaube, die wird eher kaputt gehen, als das Schwert. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020